Bei deinem Blut bist du in die Loge gekommen. Nur bei deinem Blut sollst du sie verlassen. Du dachtest, ihr Eid sei heilig. Du dachtest, ihre Absicht sei zu heilen. Und du dachtest, man könnte ihnen trauen. Du dachtest, falsch. Joe Hauser hat immer davon geträumt, ein großer Arzt zu werden. Kommen Sie doch mit dem Abend vorbei. Als Wissenschaftler muss man Regeln brechen und Grenzen überschreiten. Hallo? Was radikale Neues wagen? Was macht ihr eigentlich genau in eurer Forschungsgruppe? Besuchen das jetzt? Und untersuchen unter Sex? Beides. Willst du zur Gruppe gehören, oder nicht? Sie versuchen, den perfekten Menschen zu erschaffen. Machen Sie sich mitschuldig. Holla Henning, das ist die große Antihippokraterin. Die Loge geht über Leichen, um ihre Ziele zu erreichen. Regeln sind verschwache. Wagen Sie gar nicht, dass sie nur benutzt werden. Die werden sie umbringen. Doch dann findet er heraus... Können wir ihm trauen? ...dass er selbst... Arzt sein, das heißt doch immer sich aufopfern! ...das Versuchsobjekt ist. Von den Machern von Anatomie kommt eine neue, einschneidende Erfahrung. Anatomie 2 Vermeiden Sie Arztbesuche! She's got a Viking boy She's got a Viking boy She's got a Viking boy